Für mich als Co-Platz, als Präsident des Skirama-Kombers ist es eine Ehre, dass genau diese Veranstaltung bei uns am Skiberg stattfindet. Denn wir sind nicht nur ein Skiberg der Rekorde, sondern wir sind auch ein Skigebiet für Familien. Einfach ein Skiberg für alle. Die Anstrengungen für die Organisation dieses Eventes sind sicherlich enorm, aber sie sind sehr positiv. Nicht nur hier für die Zone Hollande, sondern für die gesamte Affäre in der Region Co-Platz. Deswegen wünsche ich allen, vor allem den Athleten, sehr viel Feedback, dass die Polizei diese Weltregrosschaften schaffen. Ich würde dir, meine Damen und Herren, ich würde dir, die Repräsentanten der Medien, die Sponsoren und Athleten, von mir, als Präsidenten des Kursorzium Pianti Afuni, es ist ein großer Honore, dass dieses Rekord mondial in unserem Compensorium wird. Der Nostro Compensorium ist nicht nur ein Compensorium von Rekord, sondern auch ein Skilistik für Familie. Es ist ein Skilistik für alle. Die Sponsoren, die Sponsoren, die Sponsoren sind enorm, aber ich denke, dass es wirklich positiv ist, nicht nur für die Balldorah, sondern auch für die Zone Hollande. Ich wünsche mir nur ein Bocchallup a allen Athleten, für diesen Rekord mondialen. Ich wünsche mir nur einen Kursorium. Ich wünsche mir nur ein Bocchallabend. Wenn ich mich gerne auf das Video schreibe, dass sie jetzt ein Bocchallbächt haben. Ich wünsche mir nur ein Bocchallabend. Aber ich wünsche mir jemanden,